Und es geht wieder weiter mit den Digimon und den Namen Teil 22, dieses Mal mit Koichi und Löwemon. Koichi Kimura, dazu kann ich nicht viel sagen, es ist einfach ein ganz normaler japanischer Name. Was den Namen Löwemon angeht, ich denke mal dazu muss ich nicht wirklich viel zu sagen. Das bedeutet einfach Löwenmonster. Schlicht, einfach, aber irgendwo dann passend. Die Attacken von Löwemon sind genauso wie bei Wolfmon, im Japanischen alles deutsche Namen. Sinn ergeben tun die allerdings nicht wirklich. Die erste Attacke, wo er mit seinem Speer angreift oder Lanze, was auch immer, heißt im japanischen Ewig Schlaf. Davon mal abgesehen, dass es eigentlich Ewiger Schlaf heißen müsste, warum heißt die Attacke so? Soll ich davon ausgehen, wenn er ein Digimon mit seiner Waffe trifft, dass es dann tot ist und deswegen für immer schläft oder so? Also ich finde den Attackennamen ziemlich blöd. Im Englischen heißt die Attacke Shadowlands, also Schattenlanze und bei uns Speer der Finsternis. Und ich muss sagen, dadurch, dass eben die Waffe betont wird und auch das Element, finde ich die Attackennamen im Englischen und Deutschen deutlich besser als die japanische. Die zweite Attacke von ihm heißt im japanischen Endlich Meteor. Ich weiß nicht, keine Ahnung warum. Klar, er setzt da immerhin einen dunklen Energiestrahl ein, der so ein bisschen wie ein Meteor aussieht. Daher ist Meteor okay, aber warum Endlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, im Englischen heißt die Attacke Shadow Meteor. Diese Attacke haben wir auch genau übernommen, Schatten Meteor. Und ich finde, dass das irgendwie auch besser klingen tut, weil wir haben zum einen den Meteor und dann wieder das Element. Und von daher ist das deutlich besser als das japanische. Weiter geht's mit Kaiser Leomon. Was der Name bedeutet, muss ich nicht erklären. Ich verstehe aber nicht, warum man es Kaiser genannt hat. Vielleicht wegen der Rüstung und dem Gold dran. Naja, die Amerikaner haben zumindest in Digimon Frontier das Digimon umbenannt. Dort heißt es nämlich Jäger Löwemon. Okay, jagen des Löwenmonster an Löwejagd, das macht schon durchaus Sinn. Allerdings verstehe ich nicht, warum heißt es nicht Jäger Leomon? Warum heißt es wirklich Löwemon? Weil Leo und Löwe ist genau dasselbe, nur halt eben ein anderes Wort. Also das kann ich mir nicht erklären. Wie nicht anders zu erwarten, sind auch seine Attacke natürlich weder Deutsch. Zumindest im japanischen. Die erste Attacke, bei der er halt so einen schwarzen Strahl aus dem Mund schießt, heißt Schwarz Donner. Ja, das macht viel Sinn. Zum einen, weil es einfach kein Donner ist und wenn müsste es auch Schwarzer Donner heißen. Naja, im Englischen heißt die Attacke Ebony Blast, das heißt so viel wie Ebenholz zerstören. Verstehe ich persönlich jetzt auch nicht so ganz. Es mag zwar vielleicht die Farbe von Ebenholz haben, aber naja. Und bei uns wurde es halt auch irgendwie aus dem Englischen übersetzt, Ebenholz Tornado. Naja, nur ist es wie gesagt eben kein Ebenholz, es hat nur die Farbe und naja, ein Tornado ist es auch nicht. Also von daher, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich noch die englische Attacke wegen dem Blast noch so ein bisschen besser finden. Aber im Groben und Ganzen muss ich sagen, alle drei Attackennamen sind irgendwo ziemlich blöd. Die zweite Attacke dagegen heißt im Japanischen Schwarz König. Ja, es müsste jetzt hier wieder Schwarzer König heißen. Das finde ich im Prinzip okay, weil er ist ja ein Löwe und deswegen, den assoziiert man ja immer mit König der Tiere. Und er ist ja auch Finsternis, also ist Schwarzer König, also Schwarz König irgendwo okay, abgesehen davon, dass es falsch geschrieben ist. Dark Master ist halt im Prinzip so ziemlich dasselbe dunkler Meister, das ist halt auch okay. Und bei uns wäre es eben Meister der Finsternis. Warum man es jetzt hier nicht so einen Mix gemacht hat, zum Beispiel wirklich Schwarzer König hätte man es nennen können oder vielleicht König der Finsternis, das wäre vielleicht auch ein bisschen besser gewesen. Im Prinzip finde ich, sind alle drei Attackennamen okay. Allerdings muss man schon zugeben, er selber leuchtet dann einfach nur und jagt mit der Dunkelheit durch den Gegner durch. Ja, vielleicht soll das einfach nur zeigen, dass es eine extrem starke, finstere Attacke ist und er darin halt der König oder der Meister ist. Und von daher finde ich die Attackennamen noch okay. Und natürlich erwähne ich auch Dustmon. Den Namen finde ich gut, wenn er natürlich auch wieder schlicht ist, weil es heißt halt Abenddämmerungsmonster. Und dadurch, dass es natürlich eben auch die Finsternis ist, macht der Name halt Sinn. Die erste Attacke von Dustmon heißt im japanischen Geistabend. Abgesehen davon, dass es wieder Geisterabend heißen müsste, das ist die Attacke, bei der er so einen Hitzestrahl aus seinen Augen schießt. Daher finde ich Geistabend irgendwie total bescheuert. Im Englischen heißt die Attacke Daddy Gaze, tödlicher Blick. Naja, nun, er ist die Finsternis und sieht jetzt nicht gerade freundlich aus und es ist ein Blick. Und von daher finde ich den Attackennamen gar nicht mal so schlecht. Bei uns dagegen heißt es sengende Augäpfel. Ja nun, es ist nun mal ein Hitzestrahl, also zumindest sieht der so aus. Ob er sich jetzt heiß anfühlt, kann ich nicht beurteilen. Und es sind Augäpfel, daher finde ich die Attacke vom Namen her besser als den japanischen. Hier muss ich aber wirklich sagen, finde ich dann doch am passendsten den englischen Attackennamen. Die zweite Attacke, das ist die, wo er halt diese roten Schwerter hat und einmal dreht er dann so seine Arme herum und greift dann eben den Gegner an, heißt im japanischen schlicht Eroberung. Ja gut, okay, vielleicht meinen sie, dass die Attacke so mächtig ist und dass man auch, dass er damit auf jeden Fall jeden besiegt. Aber, sagen wir mal ehrlich, das klingt ziemlich öde. Im Englischen heißt die Attacke Lunarplasma, also sowas wie Mondplasma. Finde ich jetzt persönlich auch nicht gerade überragend. Vor allen Dingen, was hat das mit dem Mond zu tun? Klar, vielleicht weil es wegen Abend ist und weil es ein finsteres Digimon ist, aber nee. Bei uns wiederum heißt es Strudel der Finsternis. Naja, nun, wir haben zwar jetzt hier gezielt keinen Strudel, aber wenn man bedenkt, dass er die Arme ja einmal so im Kreis bewegt, könnte man natürlich so ein bisschen an einen Strudel denken und er ist die Finsternis. Und von daher, ich bin zwar kein Fan von einem der Attackennamen, finde ich aber die Deutsche dann doch noch am besten gelungen. Und zuletzt komme ich noch zu Velgremon, was eigentlich Velgremon heißt, also V-E-L-G-R, nicht noch ein zusätzliches E. Das hört sich aber komisch an, spricht sich auch komisch, deswegen, ich nenne es mal weiter beim Dabnamen Velgremon. Und das basiert eigentlich auf einem riesigen Adler aus der nordischen Mythologie, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, da ich diese Sprache nicht beherrsche und ich möchte es ungerne falsch aussprechen. Deswegen findet ihr in der Beschreibung den Namen. Und ich finde halt, dass es teilweise schon cool ist, dass man Velgremon so benannt hat, weil dieser Adler in der nordischen Mythologie die Unterwelt bewacht, zusammen mit diesem Wolf Garm. Und Kendo Garurumon heißt ja im japanischen Garmon und da ist dann natürlich die Verbindung zwischen den beiden Digimon gegeben. Was ich wiederum ein bisschen unpassend finde, ist, dass Velgremon für mich überhaupt nicht wie ein Adler aussieht, sondern eher wie sowas wie eine knochige Krähe oder so. Bei seiner ersten Attacke zieht Velgremon mit seinem Flügel halt ein kreisförmiges Gebiet. Und alles, was sich in diesem Kreis befindet, das wird gelöscht. Daher finde ich den japanischen Attackennamen Zonedeleter eigentlich okay, weil Zone gelöscht. Da bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Die Attacke heißt im Englischen Dark Obliteration und ich muss sagen, dunkle Auslöschung finde ich auch okay. Weil, naja, dunkel wieder wegen dem Element und wie gesagt, das Gebiet wird ausgelöscht. In unserem Fall heißt die Attacke aber Inferno der Finsternis und das finde ich irgendwie ein bisschen dämlich. Finsternis finde ich zwar okay, aber ein Inferno würde ich das jetzt nicht nennen. Also ich verstehe nicht, warum man hier mal wieder irgend so ein Wort gewählt hat, was vielleicht cool klingen soll oder so, aber was eigentlich gar nicht richtig zu der Attacke passt. Also ich verstehe nicht, warum man hier nicht wirklich auch das Wort Auslöschung hätte nehmen können, zum Beispiel Auslöschung der Finsternis oder so. Das wäre, denke ich, doch ganz passend gewesen. Also hier bin ich dann wirklich eher für den japanischen und den englischen Attackennamen. Bei der zweiten Attacke verschießt Valgrimmon aus seinen Augen so einen roten Laserstrahl, der die Form von Wirbeln hat. Die Attacke heißt im japanischen Master of Darkness, also Meister der Dunkelheit und ich finde, das passt nicht und soll irgendwie nur cool klingen. Im Englischen heißt die Attacke Dark Vortex, also dunkler Wirbel. Das finde ich an dem Punkt in Ordnung. Der Wirbel, weil ich sagte ja, das sind ja so Kreise so quasi, kann man so sagen, und daher finde ich Wirbel in Ordnung. Und dunkel ist es zwar nicht, es ist rot, aber wenn man bedenkt, dass es die Finsternis ist, macht das durchaus Sinn. Der deutsche Attackenname wiederum heißt Strahl der Finsternis. Es ist zwar nicht gezielten Strahl, aber es ist halt trotzdem so eine Laserattacke, daher lasse ich das gelten und Finsternis wegen dem Element. Ich muss aber sagen, mir gefällt hier auf jeden Fall die englische Attacke am besten. Deutsch ist auch in Ordnung, naja, und japanisch wiederum finde ich nicht so gut. Nun seid ihr wieder dran. Was sagt ihr zu den Namen und den Attacken? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.